Sooo, Catcher the Flag, immer noch mit, äh, W-Kid und Profond. 1,70. Na, fuck, auf den. Besseres zu tun. Das Problem ist, ich glaub, wir haben den viel, viel schlechteren Spawn, den viel, viel schlechter zu verteidigenden, fliegenden, danke, dass man hier nicht gedeckt hat, den viel, viel schlechter zu verteidigenden, ähm, Flaggenpunkt. Na, das war klar. Ah, er hat, er hat, okay, er hat, er hat. Ah, und er kennt halt da. Wir haben ihre Flagge fallen gelassen. Nein, 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 warum? Der Weint hat unsere Flagge fallen gelassen. Gut. Unsere Flagge ist zurück in der Basis. Macht's mir eigentlich lieber den Flagrunner, wenn daraus halt nix wird. müssen wir das halt anderswörtlich machen. Ah. Ah. Mal gucken. Komm mal durch, komm mal durch. Komm mal durch natürlich, komm mal durch. Punkt gemacht. Und fahr... Nein, Messer doch. Er hat nicht gemessert, er wollte nicht messern. Aber wenn es ins Punkt gemacht... Hihihi. Pjörnt. Sag ich dazu nur. Sag ich dazu nur. Pjörnt. Ah, 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 ah. Nicht mit mir. Habt ihr schon gesehen, Kollege. Also keine Sorgen zu machen. Bin nicht blind. Ah, hinter mir. Ein Sniper. Oder einfach nur ein G-18U. Eins von beiden, sucht's euch aus. Was gefällt euch besser? Oh, schütz die Flagge, schütz die Flagge. Go, 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 Leute. Ja, von... Nein, nicht ganz. Macht ihn kaputt. Nein. Ich stehe vor ihm, der Lacker. What the fuck? Der war gerade nicht da und dann stand er vor ihm. Einfach nur die Aktion, würde ich sagen. Der andere Kerl, der Sniper im Gegner-Team. Wie viel steht's denn 1 zu 1? Da komm ich nicht, du weihihi. Ich weiß nicht, ich glaub ich mach das jetzt... ...in M-G das nächste Mal. Das heißt, wir stehen so ein bisschen im Zugzwang. Wie kommen die immer so zu unserer Flagge einfach so? Ja. Warten Sie, jetzt hab ich irgendwie ein Messer zum Runden betzen. Nichts falsch. Sehr gut, als hat sich nicht mehr. Ach. 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 Okay, er kommt da. Aha. Ne, ne, wisst ihr was? Jetzt kommen wir. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich das aussehen bekommen. Nur nur ein Punkt zum Unentschieden fehlt uns ja. Wir haben die feindliche Flagge. Nein. Woher weiß er, dass ich da jetzt laufe? So ein Lacker. Wahrscheinlich, dass Walah einfach nur ein Lacker ist, hat er das gewusst. Aufklärungsdrohne online. Aufklärungsdrohne online. Achtung, feindliche Vorräte. Deswegen ist es schön in den Tod gefallen. Ja, komm rein. Die Tür steht dir immer offen. Ich sorg schon in meinen Nachwuchs. Jeder Sniper mit seinem G18. Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Gibt mir Rückenweckung. Wir haben die feindliche Flagge. Gibt mir Rückenweckung. Rückenweckung. Gibt mir die Flagge runter eingenommen. Huh, 222. Gibt mir die Flagge gestohlen. Komm, 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 komm. Lauf. Spindes Ablenkungsmanöver. Jawoll. Jetzt dürfen wir nur noch, nur nicht die Flagge jetzt verlieren. Wie lange haben wir noch? Wie lange haben wir noch? 1,25. 1,25. Dann machen wir noch einen Try, würde ich sagen. Dann machen wir noch einen Try. Dann machen wir noch ein gutes Try. Dann machen wir noch ein gutes Try. Dammit. Ich renne aber auch voll in den Reihen. Noch 1 Minute 60 Sekunden. Ihr wisst ja gar nicht, wie aufregend das ist. Wir haben die feindliche Flagge aufgenommen. Also wir haben die feindliche Flagge. Die feindliche Flagge. Wir haben ihre Flagge fallen gelassen. Wir haben sie verloren. Wir haben sie verloren. Wir haben sie schon wieder. Sie verloren und dann wieder aufgenommen. Die Zeit wird knapp. Da oben kennt einer von denen. Na, rinz ins Bistur. Wir haben die feindliche Flagge erobert. Ah, 4 zu 2. Das haben wir gewonnen. Jawohl. Da bin ich glücklich. Da bin ich glücklich. Achtung! Feindliche Vorräte! Wir haben sie verloren. Wir sind gewonnen. Muhihihihi. Ihr Loops. Entschuldigung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.